yo leute doppelpiece von der seite was geht heute ist ein besonderer tag und zwar ist vielen von euch aufgefallen wenn ich jetzt hier nicht so eine fette bauchfalte hätte unter meinen titten dass ich sehr oft etwas getragen habe was nach meinem merch aussieht viele leute haben schon vermutet dass etwas in nächster zeit kommt und heute kann ich dir bekannt die bekanntgebung geben dass ich heute in diesem video anderthalb liter wurstwasser trinken es war kein product placement und das war auch einfach nur unlustig warum habe ich das jetzt gemacht ich werde heute bekannt geben dass mein merch shop heute nach zwei jahren youtube das erste mal online geht wir haben viel getüftelt daran wir haben viel an den designs rumprobiert ihr dürftet der zeuge werden wie die designs sich jetzt letztendlich entwickelt haben das hier ist zum beispiel mit design ich muss dazu sagen dass hier sind jetzt nicht die original t shirts die t shirts haben wir bedrucken lassen privat aber mit auf jeden fall diese designs werden darauf sein und ich denke mal dass die qualität nicht unterschiedlich sein wird obwohl der premium drauf steht unter anderem haben wir hier auch noch ein wunderschönes t shirt mit meinem logo viele leute die haben sich immer gefragt was ist das für logo das ist mein logo t v tanz verbot und der anker soll die rettung youtube deutschland symbolisieren und das funktioniert am besten wenn ich möchte ja viele haben eine lange zeit darum gebeten dass ich einen rausbringen soll leider muss ich viele leute die sich auf die bademantel merch gefreut haben vorerst enttäuschen denn das ist doch schwieriger als gedacht also ich dachte man kann einfache bademäntel kaufen irgendwo in relativ guter oder in guter qualität und die dann bedrucken lassen aber erst mal fehlt mir die kreativität dazu bei denen habe ich bei denen bei denen hier da steckt massive hilfe hinter also das war jetzt ist jetzt nicht alles aus meinem ursprung aus meinem kopf entsprungen und ich will aber mir beim bademantel das bade der bademantel das muss das muss was einzigartiges werden das muss ein bademantel werden wo kollega sich denkt er den ziehe ich in irgendeinem video an was 60 millionen aufrufe bekommt wisst ihr was ich meine und da will ich da sind wir im hintergrund noch ein bisschen am tüfteln und ich will dass der richtig geil wird und eventuell entwickelt sich dass hier alles in eine ganz andere richtung ja das ist noch ein schönes t-shirt was ich ja für mich persönlich auch sehr toll finde was ich auch wie gesagt ich habe jetzt nur t-shirts hier wir haben ihnen so schon so viel geld dafür ausgegeben die alle zu bedrucken lassen ich habe jetzt hier irgendwie 20 t-shirts davon ich werde euch jetzt nicht alle zeigen nur ein paar ein paar designs haben wir wieder rausgenommen weil die einfach Hurensohn ausgesehen haben und ja das ist eins meiner lieblings t-shirts wie gesagt auch auf pullovern und eins ist sogar auf einer fußmatte vorhanden also ihr könnt doch einfach ihr könnt euch auch einfach eine fußmatte von mir holen wo doppelpiece draufsteht ich wollte mir auch holen und dann habe ich überlegt dass es doch ja unklug ist das zu tun weil mir ist okay wegen lieferanten und sowas und dann sehen die so doppelpiece ist nicht zanzabot wohnt er nicht in der straße weißt du auf jeden fall ist das ja eins meiner lieblings t-shirts auch wenn es sehr schlicht gehalten ist aber einfach wegen diesem tanzverbot und mein symbol damit glaube ich jetzt mal rum dann haben wir hier noch so ein von pornhub inspiriert das logo auch so also keine ahnung das sieht irgendwie aus wie so ein wix fleck und darunter ist dann so ein darunter ist dann mein logo finde ich auch sehr wunderbar ist schön das wirkt das wirkt so voll als ob ich gezwungen wurde aber ich wurde nicht gezwungen das hier ist wirklich ja das ist mit eins meiner lieblings t-shirts das was draufsteht finde ich auch in ordnung booster freak johnny hungersnot das hier unten sind keine zahnspanndosen da habe ich damals rum diskutiert wo man mir wo man vor wo wir vorschläge reingeholt haben und das hier ich dachte das ist ein zahnspanndose aber das ist viel logischer war einfach nur dass es eine bürgerpackung ist und das andere ist halt eine marke die ich nicht erwähnen möchte weil da nicht zustande kommt ansonsten ist das einer meiner lieblings t-shirts weil deshalb viel impliziert mein song mich ich finde das geil ich bin hier einfach perfekt getroffen worden vielleicht ein bisschen zu dick aber ist okay dann habe ich hier noch dann habe ich hier noch das in schwarz leute absolutes lieblings shirt also real talk ihr seht das auch ich trage das jetzt every day every night soweit das sind t-shirts die muss ich auch nicht waschen die trage ich eh nur zu hause also außer das eine dass die scheiße ist ich habe halt hier nur t-shirts also jetzt wo mein shop online ist werde ich mir hier vielleicht auch selbst sachen bestellen aber ja jetzt ist es viel zu kalt als dass ich mit dem t-shirt rumlaufen könnte wisst ihr aber ansonsten würde ich dir werde ich hier auch alle every day every night tragen und das sind hier nur ein paar designs ich glaube es gibt noch ein zwei mehr ich weiß aber nicht wo die anderen man mein scheiß kopfhörer hurensohn ich höre mich selbst ich habe nämlich so einen wackelkontakt da drin gott sei dann kann man das kabel auswechseln geht mir auf den sack ja das wollte ich einfach nur erwähnt haben das ist mein merch wir haben da jetzt lange dran getüftet der hätte schon viel früher online kommen müssen ja es ist ich würde schon sagen dass es jetzt gerade sehr unpassend ist denn es gibt ja einige leute die mir halt bestimmte dinge vorwerfen und ich glaube das video macht es nicht besser aber die leute die hinter mir stehen die glauben auch weiterhin an mich die leute die hinter mir stehen haben auch die möglichkeiten selbstständig nachzudenken und sich eigene bilder von den situationen zu kreieren und müssen jetzt nicht einer bestimmten person hinterherlaufen die vier tage braucht um script zu schreiben alles klar das war der tanzverbot gewesen der tanzverbot ich ich wünsche euch noch einen wunderschönen abend ja ich finde schön ich mag es wirklich sehr mehr gibt es nicht zu sagen ich bin gespannt wie die qualität ist ich habe die t shirt selbst noch nicht gehabt da steht premium wir haben sogar wir geben sogar ein euro mehr aus fürs t shirt also für weil der premium vorsteht und da gibt es gibt normal und es gibt premium wir haben halt die premium variante genommen übergrößen gibt es auch also bis 5xl geht es wenn ihr fetter seid alter dann nimmt ab weil das ist echt schon krass so ich werde schon als fett sack beleidigt also über 5xl ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie die ausfallen die t shirt das kann ja sein dass 5xl auch jemand mit 7xl passt aber ansonsten bedanke ich mich fürs zusehen der tanzverbot ist back in the business business back in the booming business business und ich habe hier drei lichter ich hoffe es hat irgendwie euch gefallen so ein bisschen und wir sehen uns im nächsten video und ciao